Oh mein Gott, Leute, der nächste Skandal mit den ukrainischen Flüchtlingen fällt mal wieder auf, ja, mal wieder werden wir harmlos von ihnen ausgenutzt, ja, und mal wieder diese ganze scheiß Willkommenskultur, mal wieder haben wir ihnen zu viel gegeben, und zwar, Leute, ich zeige euch das Ganze hierbei um eine Anfrage von Stefan Brandner, vom AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Brandner, und zwar geht es hier ums Help-Ukraine-Ticket, und zwar fuhren Ukrainer einfach auf Kosten der Deutschen gratis nach Paris, ja, gratis Urlaub in Paris. Während der Deutsche weiterhin hart arbeiten muss und das Ganze dann finanziert, nochmal dazu erstmal, was das Help-Ukraine-Ticket überhaupt ist, bevor wir dann diesen ganzen Artikel uns anschauen, und zwar ist das Help-Ukraine-Ticket ein Sonderticket für Geflüchtete, und zwar mit dem Ticket Help-Ukraine erleichtert die Deutsche Bahn Geflüchteten außer Ukraine die kostenfreie Weiterfahrt zu Familien und Bekannten in ganz Deutschland, gilt für den Fern- und Nahverkehr zu jedem Zielbahnhof auch bis ins Ausland, ja, also hierbei geht es ja an sich nur um Weiterfahrt zu Familien, und Bekannten, ja, haben die Ukrainer wahrscheinlich auch so viele hier, ne, weil ja vorher waren wir ja Millionen Ukrainer hier, ne, also das wird natürlich gar nicht missbraucht oder so. Das Sonderticket berechtigt zu fahren in allen Zügen der Deutschen Bahn, fange ich mich auch mal, gab es mal sowas für Deutsche, ja, also wir hatten hier nur dieses 9-Euro-Ticket mal, jetzt haben wir das 49-Euro-Ticket, aber mal so kostenlos, äh, fahren, so vielleicht auch für Leute, die vielleicht nicht so viel Geld haben, habe ich jetzt nicht gehört, dass es das, ähm, irgendwo gab. Ab sofort können Geflüchtete mit ukrainischem Pass oder Personalausweis rund 40 internationale Fernzüge nutzen, um aus Polen, Österreich und Tschechien nach Deutschland einzureisen, genau, schifft sie alle von außen zu uns, ja, bringt sie alle zu uns, wir haben Platz, ja, also in Polen, Österreich und Tschechien haben sie irgendwie keinen Platz, oder, oder kriegen sie ja kein Bürgergeld, oder, oder wie. Auf deutscher Seite können sie ohne Fahrkarte bis nach Berlin, Nürnberg und München fahren, genau, ohne Fahrkarte, ne, also normalerweise fahren ohne Fahrkarte, da wird's direkt gepackt hier und muss dann irgendeine Strafe zahlen, aber als Ukrainer hast du's natürlich hier alles kostenlos, ja, vor allem mit ukrainischem Pass, also kann einfach irgendein Typ, der, äh, von wo will man wissen, ob der geflüchtet ist, ist, man muss sich ja gar nicht hier, äh, registrieren oder so, man muss ja keinen Asylantrag stellen, kann einfach irgendein Typ mit ukrainischem Pass sich das einfach holen, ja, gibt's ja auch einige Fake, äh, Flüchtlinge, wobei viele von der Ukrainer meiner Meinung nach auch sowieso Fake-Flüchtlinge sind, da sie ja aus den sicheren Teilen der Ukraine kommen, aber gibt's auch, äh, Leute, die gar nicht in der Ukraine gelebt haben, aber ukrainischem Pass haben wir jetzt hier, sich sehr, sehr viel abzwacken, und zwar für die Weiterfahrt innerhalb Deutschlands bittet die Deutsche Bahn das kostenlose Help-Ukraine-Ticket an, ähm, ja, ähm, als, äh, Vorlage, bei Vorlage eines ukrainischen Identitätsnachweis, also, sprich, äh, da schreiben da jetzt Geflüchtete hin, aber es gibt auch, äh, Leute, die, äh, nicht geflüchtet sind und trotzdem Identitätsnachweis, äh, äh, von der Ukraine haben, und jetzt seht ihr hier, äh, hier überall, äh, in diesen ganzen Ländern könnt ihr, äh, hin, ja, wird überall anerkannt, ja, ähm, ähm, ja gut, äh, das war jetzt zum Beispiel mit diesem neuen Euro-Ticket jetzt nicht der Fall, ne, also, äh, hatten wir jetzt als solcher natürlich wie immer, äh, keine Vorteile bekommen, ja, also, werden natürlich wie immer benachteiligt, aber, ähm, ja gut, sind ja Ukrainer, sind ja die Premium-Flüchtlinge schlechthin, und es ist natürlich, ähm, reicht ja nicht, dass wir schon, äh, die ganze Zeit den Waffen liefern und mehr, Millionen, äh, Geld zahlen und Bürgergeld und so, natürlich müssen wir noch denen mehr und mehr schenken, schauen wir uns jetzt das Ganze von Stefan Brandner an, ja, haben wir genug Zeit mit diesem ganzen, äh, äh, Help-Ukraine-Ticket, äh, verschwendet, und zwar, Ukraine-Flüchtlinge bekommen nicht nur sofort Bürgergeld, sie können im Gegensatz zu Deutschen auch kostenlos mit der Bahn durch Europa fahren, wie teuer das die Bürger kommt, wollte nun der AfD-Abgeordnete Brandner wissen, ja, die böse, böse AfD, ne, die sich ja für die Bürger einsetzt, also, also, das geht ja mal gar nicht, das ist schon, das ist ja schon rechtsextrem hier, ne, dass der, dass er das überhaupt wissen will, ja, der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner hat mit Einsätzen auf die dünne Informationslage der Bundesregierung zum Help-Ukraine-Ticket reagiert, Hintergrund ist die Antwort der Regierung auf die kleinen Anfrage des, äh, Polikas, der Fahre-Karte, mit der Ukrainern eine Kostenwohnungsweiterfahrt durch Deutschland ermöglicht wird, die Antwort der Bundesregierung zeigt deutlich auf Steuerzahlerkosten, Kurs und Kräer durch Deutschland und Halb-Europa und kein Interessiertes, das ist auch krass, ich hab das gar nicht mitbekommen tatsächlich, also, ich dachte, als ich das gesehen hab, erstmal, ey, äh, ne, das kann nicht echt sein, oder? Aber als ich das gesehen hab, so, krass, ja, und zwar seit Einführung im März 2022 wurde das Ticket 935.000 Mal in Anspruch genommen, auf der Webseite stand ja, ähm, dass das irgendwie nur dazu dienen soll, Bekannte zu treffen, oder, ähm, Familie, bezweifle ich, dass die, diese 935.000 Leute hier alle Familie haben, oder überall Bekannte, ja, ein Speis, die machen alle Urlaub, ja, ich seh auch, ich kenn auch Ukrainer mittlerweile einige, ja, jetzt Bekannte, ich bin jetzt nicht wirklich eng mit dem, und ich seh auch immer dann bei, bei Instagram oder so, äh, chillen die dann, äh, überall im, äh, äh, quer durch Europa im Urlaub, denk ich mir auch so, was? Sind die alle, sind die alle reich und so? Ne, äh, Spoiler, sind die natürlich, die sind nicht alle reich, ja, ja, aber kriegen halt hier alles geschenkt, ja, also Urlaub auf Kosten des deutschen Steuerzahlers und es, äh, liegen keine, keine Daten zu den direkten zusätzlichen Kosten vor, frage ich mich auch, was das für ein Schwachsinn ist, also sonst, äh, ähm, wird ja immer genau geschaut, äh, bei den, äh, bei den Ausgaben, ja, oder, äh, oder, äh, wenn das Finanzamt kommt, schauen die immer, ah, hast du die Steuer genau bezahlt, aber höher interessiert das anscheinend keinen, ja, und allein für die Ausgabe der Tickets sein geringer und füge Kosten, äh, entstanden, wie hoch, äh, die konkret sind keine Angabe, natürlich überall entstehen Kosten, man denkt ja immer so, wenn man irgendwas umsetzen will, nur da, äh, es entstehen nur in einem bestimmten Bereich Kosten, aber natürlich gibt es auch 100 andere Bereiche, wo dann immer, äh, Kosten, ähm, anfallen, äh, hinsichtlich, äh, der Kosten, die uns allen dafür entstehen, dass 100.000 Ukrainer durch das Land fahren und mord die Regierung, sie wird es schon wissen, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn die sich da jetzt irgendwie so, äh, versperren, die, es liegen keine konkreten Daten vor, ja, natürlich, vielleicht haben die, vielleicht haben die auch ungefähre, ähm, Schätzungen, ich weiß es ja nicht, ja, aber, äh, wie Olaf Scholz so, ja, wir können uns nicht erinnern, können uns nicht erinnern, doch die Kostenfrage ist nicht die einzige Datenlücke, auch die Anzahl ukrainischer Flüchtlinge, die mit oder gültigem Ticket fuhren, sei unbekannt, ja, also, auch kompletter Schwachsinn, ja, also, Ukrainer können einfach alle, jede Scheiße mittlerweile machen, ja, können ohne Ticket fahren, ja, oder, äh, wenn nicht, kriegen die ein Ticket geschenkt, haben hier nachgefreiheit, aber, boah, wenn der Deutsche ohne Ticket fährt, dann kommt direkt die Polizei, packt ihn und, äh, muss natürlich noch eine Strafe zahlen, im schlimmsten Fall gibt es dann noch, ähm, natürlich eine Anzeige oder, äh, und was weiß ich was, ja, ja, bekannt hingegen sind die Strecken, auf denen das Ticket in häufigsten, äh, in Anspruch genommen wurde, so reisten jeweils 12.700 Personen jeweils von Berlin nach Köln und München, natürlich, ne, wenn man schon Urlaub in Deutschland macht, und ich sage bewusst Urlaub, ja, das hat für mich auch nichts mehr mit, äh, Flüchten zu tun, ja, ähm, das ist hier Urlaub, was die hier machen, ne, schon vom Staat bezahlt, dann fährt man natürlich nach Berlin, Köln, München, weitere 10.000 fuhren von der Deutschen in die französische Hauptstadt, ja, ähm, ja, äh, sind traumatisiert oder, äh, so traumatisiert oder, oder wie, ja, ja, erst mal nach, äh, erst mal nach Paris hier, ne, Bürgergeld, schön, äh, schön Urlaub machen, häufige Ziele waren, äh, zudem fast Amsterdam, Basel und Brüssel, ja, also, also nebenbei, während der Deutsche jeden Tag arbeiten muss, jeden Cent gefühlt 10 Mal umdrehen muss, ja, ähm, machen sie Urlaub, ja, mit dem Bürgergeld, es ist einfach nur lächerlich, zeitlich begrenzt, äh, etwa für die Dauer des Krieges ist das Ticket nicht, von der Bundesregierung, äh, heißt es, das Ticket wird bis auf weiteres zur Verfügung stehen, Brandner verurteilt die Regierungspolitik, während Bürger mit höheren Kosten immer für unverlässige Bahnfahrten kontrolliert werden, unter dem katastrophalen Zustand der Deutschen Bahnlein werden hohe Summen versteuert, um auf bestimmte Zeit Ukrainer kostenlose Tickets zu versorgen, warum, im Gespräch mit der jungen, äh, Freiheit fragt er, warum dürfen angebliche Kriegsflüchtlinge ohne Prüfung der Vermögensverhältnisse überhaupt kostenlos herumfahren, während jeden Normalbürger teure Tickets, äh, erstellen muss, das frage ich mich auch, wenn irgendein Schwanz mit seinem Porsche hier hinkommt, ja, mit seiner fetten Karre, ja, dann mit neuesten Markenklamotten, warum soll er ein Ticket geschenkt bekommen, von mir aus, wenn jemand ein Ticket kriegt, egal, äh, von mir aus, sagen wir mal, schenkt das irgendeinem deutschen, ja, Rentner, zum Beispiel, der vielleicht noch irgendwie seine letzten Tage genießen will, von mir aus auch jemand, der vielleicht, äh, hart arbeiten geht, ja, gibt auch Leute, die hart arbeiten gehen, die vielleicht mit Bus und Bahn, ja, äh, zum Beispiel zur Arbeit fahren, warum soll der nicht so ein Ticket kriegen, damit man ihn finanziell entlastet, aber nein, Ukrainer ohne Prüfung der Vermögenswerte, ja, also irgendein Millionär, ja, irgendein korrupter Millionär, der sich hier vom, äh, Militärdienst freigekauft hat, hier, nimm mal, nimm Ticket, nimm Bürgergeld, ja, äh, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, was, äh, äh, was er noch bekommt, ja, äh, also unglaublich, der eine oder andere würde wahrscheinlich noch ihm seine Ehefrau, äh, anbieten, ähm, so wie, so wie ich das sehe, aber, äh, es ist einfach nur unglaublich, wirklich, es ist einfach nur unglaublich, ich, ich will, ich bin einfach fassungslos, ich bin einfach fassungslos, ich dachte, das wäre ein Scherz, was sagt ihr in den Kommentaren, schreibt es in die Kommentare, haut rein und ciao.